So, yes, Park 2, let's play Minecraft. Ja, wir haben nachts in unserer kleinen, aber feinen Luca. So, ne, ich gehe hier nicht runter, weil ich habe mal gemerkt, dass ich auf die Sounds ein bisschen achten müsste. Und ich habe auch gemerkt, dass wir wahrscheinlich hier unter einer Höhle, bei einer miesen Hölle gespürt sind. Ich bin immer noch ein wenig erkältet und nicht mehr gerade meinen Charakter. Ja, was können wir jetzt noch vier hier machen? Eigentlich nicht mehr so viel. Eigentlich nicht mehr so viel. Und nicht uneigentlich, sondern wirklich eigentlich. Wir können wissen, wann bisher was wächst. Wir können im Dunkeln weiterarbeiten. Ansonsten... Ach, jetzt. Danke! Nein! Oh, nein. Ah, nein. Und wann haben Sie die Landschaft genießen? Aaah! Ich habe ja nochmal was probiert. Und jetzt können wir auch was machen. weiterspielen ob er sich so auf die Zukunft ja was könnte man noch erzählen wir können gucken wo der Mondkratz versteckt da wo du alter Sack und so und nach dem Wissen müssen wir aus was haben wir hatten auch ja genau ich wollte erzählen dass ich noch ein wenig das ist ja nicht direkt dort oder Texturpec ich habe unseren Kornschar geändert Mr. Creeper der Creeper nicht schön ich fand es ganz witzig wir können überlegen was wir hier jetzt noch so gut bauen wollen was die Faktur hier jetzt nicht zu bauen unsere Achtergruppe wir sagen dass es nur so der Eingangsschule den wir ein bisschen gespielt gemacht später dann mit Büchern egal die Euro und keine Ahnung auf die Entstehenden Etage ab ein Jahr mit Schwarzschuld ich schaffe ich das Sorry, dass das kein Taser ist. Ihr seht wahrscheinlich sehr wenig in der Nacht. Ach, shit. Hey, das ist mir dann doch zu gefährlich. Was war denn das gerade für ein Blut, ne? Ja, das tun wir dann doch. Yeah, endlich, wir können wieder rausgehen. Na, wir beobachten jetzt diesen so wundervoll, dieser Aufgang, so als Mr. Creeper. So, ihr seht ja wahrscheinlich schon den Seed. Wer diese Welt toll findet, soll sie sich holen. Ja. Ja. Aber genau, wir probieren mal die F-Tasten aus, ah, Screenshot-H und blup. F1, das macht nicht komplett behindert. F4, was ihr links, F5, was ihr das? F6, nix, F7, F8. Ja, was ihr habt nichts. So, die Sonne ist wundervoll aufgegangen. Und jetzt, guck mal mal, was wir so Sachen finden, wenn die scheiß vier Jahre schon verbrannt sind. Oh, ein Skelett, ein Skelett. Verbrannt, verbrenn, verbrenn, du witzig. Oh, shit, das hab ich entdeckt. Was ist da? Oh, shit. Was ist da? ich 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 Was sind hier noch für Mops? Kommt hier! Ja, besser! Na los, kommt schon! Du bist mein! Scheiße! Schwein, du bist mein! Ja! Was? Da hat man schon mal Hunger und kriegt nichts. Ja! Ja! Das war schon noch Hunger! So! Was hat hier wer getrunkt? Oh, was ist denn hier? Wer weiß? Ah, hört ihr das auf? Scheiße, stimmt! Ah, hört ihr dieses abschreckende Geräusch auf? Ja, sind ja, haben wir über eine Höhle gebaut. Oh, Eier leben, die scheiß Viecher! Können die sich mal nicht so ausfangen, selbst killen, dass ich was zu essen kriege. Ne, ich bräuchte jetzt echt mal was zu essen. Ha, ha! Aber wir sind ja ganz schlaue, produktive Menschen. Ich krieg mehr, der ist geschlagen. Warte, ich mach mal ab! Das wird ja nicht nur Flur, nein, das wird noch was anderes. Das wird ja nicht nur Flur, nein, das wird noch was anderes. Ich krieg mehr, keine Laufung, die sich nicht mehr tun. Ich kriege die Laufung. Sie können auch doch mal los. Ich kriege die Laufung. Was ich mache jetzt? so jetzt hätten wir hier mal ein bisschen Gras Na los, ah, du bist, du bist und spätestens jetzt alle User ach du Scheiße ein Öko-Fuzzer Ach ja, mein Großvater sagte mal im Getreide das bringt dir viel mehr die Kürung der Erde und jetzt weiß es echt jeder richtig Philipp baut an was für ein Scheißer und die Opa nach oben verlegen ja vielleicht bisschen schlauer so, da fällt das nicht so auf Ach Scheiße meine, ich hab vergessen das ist nicht so Nein, schauen wir nicht Ach, fuck hab ich noch nie angefangen Ach du Scheiße Scheiße Alter, schwerer Oh, wenn sie noch billiges Hals ist Prozent die Klinik bis zu schlafen er kann nur erlöser reich reich soll er schnell runter das scheiß Fleisch abstaub auch die Euro Schiller und schon wie es kennen so was gemacht 10 Uhr zwar haben wir Mahnprobleme und fortführende nicht rum aber scheißegal okay da muss ich dann noch nachlesen ich hab noch nie geformt ich dachte nur das Kind das noch nie gemacht ich habe eigentlich nicht mein Ding Schnelles Essen ist meistens Verschuld Leibniz gibt es Hübsch 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 das Wort ein а ich will mich setzten Geld dann müssen wir ja auch mal Prozent Torwart nach dem Meer und bis jetzt sogar ernannt Prozent k aber nicht so weit sie aber nicht gar nicht mehr ich kann ich gar nicht gar nicht aber ich habe ich habe es war kein Geld als ich so weit hier ist sicherlich wieder mit okay er geht es nicht schnell zurück zu haupts wenn ich das hier da ist nachher ein Kacke das wir auch Arbeiter machen können wo wir aufgehört haben so So, dann bis zum nächsten Part. Ciao.